zunächst einmal herzlichen glückwunsch und zwar an zwei der indizes die wir regelmäßig betrachten einerseits an den dax denn der war immerhin als index oberhalb der 17.000er marke wenn auch nur ganz knapp wenn auch nur ganz kurz aber immerhin wir hatten heute morgen mit einem ganz schönen gap man sieht das hier so halbwegs naja recht gut eigentlich im fünfminuten chart einen riesen sprung nach oben gemacht hatten kurzzeitig die 17.000er marke überschritten dann haben sie sich doch ein bisschen erschrocken und haben gesagt ist das wirklich unser ernst und der kurs ist dann doch noch mal ein bisschen nach unten gegangen also die heutige tagesbewegung beim dax ganz klar nach unten gerichtet allerdings wir dürfen nicht vergessen bezüglich der bewegung die wir vorher hatten naja ein deutlicher anstieg aber eine ganz interessante situation denn wenn wir hier mal auf den wochen chart gucken die woche ist noch nicht rum aber es ist nur noch ein tag übrig und aktuell ist die wochenkerze eigentlich eine umkehrformation aber wie gesagt die ist noch nicht fertig wir haben erstens den donnerstag noch nicht ganz rum und zweitens ja den freitag noch vor uns aber das sollten wir uns mal vormerken nachdem wir wirklich sehr sehr weit gestiegen sind und ich will dem bullenmarkt gar keinen abbruch tun ja es ist ja möglich dass es nachher noch mal weiter geht aber ich warte eigentlich auf eine korrektur das warten viele vielleicht ist das auch der grund warum sie bisher noch nicht so richtig gekommen ist aber sie wird irgendwann mal kommen und das könnte sogar sein dass man da vielleicht sogar aktive shorts mal machen kann aktuell bin ich noch nicht so sehr der große freund für die short seite aktiv wir hatten ja gesagt naja stops halt hinterher ziehen da hängt es jetzt davon ab für welche variante ihr euch entschieden habt wie eng ihr da sei super trend ist noch ein bisschen oberhalb parabolik ist also der kurs ist noch oberhalb der jeweiligen auf tagesbasis wenn ihr das im vier stunden chart gemacht habt naja dann seid ihr raus inzwischen beim parabolik im vier stunden chart allerdings im super trend im vier stunden chart immer noch drin also ihr seht es ist noch in ordnung je nachdem wie eng ihr hier eure stops gewählt habt das was wir hier jetzt sehen ich würde das auch noch nicht so alleine als überbewerten oh gott oh gott jetzt muss es aber massiv runtergehen diese kerze ist sehr erschreckend ja aber gemessen an dessen dass der schlusskurs gestern hier unten war hier auf diesem niveau und der kurs hier oben eröffnet hat sind wir jetzt quasi dort wo wir gestern waren also so halbwegs eine nullnummer wenn man das so will der heutige tag wenn er auch ganz schön aufregend war mit der ganzen spanne die wir hier durchlaufen haben trotzdem sollte man ein bisschen aufpassen denn die idee die ich ja seit tagen oder seit wochen sage dass wir damit rechnen müssen dass es dreht wird natürlich je höher wir steigen immer stärker manifestiert irgendwann gehen dann halt tatsächlich mal die käufer aus bislang wie gesagt war das noch nicht zu erkennen deshalb die idee mit dem stop hinterher ziehen und sagen hey solange ihr weiter klettert bleibe ich drin aber wenn es dann dreht dann auch nicht das tote pferd ewig weiter reiten oder aber die ganz lange karte ziehen wie sieht es jetzt intra der mäßig aus und die abwärtsbewegungen hier seht ihr das noch mal nur dass ihr das so für die augen mal so ein bisschen bis jetzt leider schon zu spät natürlich aber damit ihr diesen augen test macht damit eure augen sich an dieses bild gewöhnen hier haben eine starke abwärtsbewegung das ist eine gegenbewegung die ist wenn man so ganz grob guckt dreiwellig ich sage immer wieder achtet darauf dreiwellige bewegungen sind in der regel korrektiv und achtet darauf die sollte idealerweise irgendwo in den bereich rein rutschen 38 20 bis 61 8 da rein das ist so eine klassische wendegröße wenn man glück hat findet man hier irgendwie eine umkehrung vielleicht eine umkehr kerze irgendwie was vielleicht hat man auch einen indikator besonders gerne den man dafür verwenden kann ansonsten wären das halt diese zwischentiefs mit der erwartungshaltung dass wir früher oder später irgendwo das ganze noch mal sehen das ging zwar mit der pause hier da hat man noch mal eine korrektur aber insgesamt sind wir ja deutlich noch auf dem weg nach unten gewesen also nur dass sich das so ein bisschen bei euch ja manifestiert im blick sozusagen wir sagen immer dass sich das auf die netzhaut einbrennt dass wenn ihr mal eine schöne situation dieser art seht egal auf welcher zeit egal in welchem markt egal in welche richtung dass ihr dann sagt doch du post aber gerade ganz nett da mache ich doch mal eine runde mit das ist doch wieder eins von diesen klassischen begeben begebenheit und das könnte sich hier jetzt wieder ergeben denn die letzte bewegung seit diesen tief die wir haben die ist im moment aufwärts aktuell würde ich allerdings sagen ist sie drei wellig deshalb ein bisschen aufpassen bei diesem zwischentief ich muss aber sagen da jetzt zu shorten finde ich nicht ganz so schön denn das was ich euch eben gezeigt habe gilt insgesamt für die erste welle und ihr seht ja der kurs kam von unten das war also ein echtes hoch und dementsprechend war das die erste dass die zweite und dann irgendwas nach unten als fortsetzung jetzt ist die frage ist das die also das hier diese korrektur ist dann immer die zweite welle wenn das also die korrektur ist ist das die erste welle gewesen wir sind ja vorher schon von oben gekommen oder ist das die erste welle gewesen ja aber die sieht ja nun wirklich mehr oder weniger drei wellig aus hier hatten wir so eine korrektur phase oder wenn ihr sagt wieso das war doch fünf wellig das war doch einmal runter zack dann gegenbewegung einmal runter gegenbewegung runter ja aber dann war die sehr sehr kurz die sollte nicht die kürzeste sein wenn es ein richtiger impuls ist und die beiden haben sich überschnitten ihr seht der war höher als dieser tiefpunkt also insofern das passt hier nicht besonders schön wäre es ja eigentlich wenn wir jetzt hier in fünf welle nach oben kriegen würden also irgendwas was vielleicht so aussieht die pause vorne hatten wir schon vielleicht kriegen wir jetzt bald wieder eine pause ich meine jetzt nicht die nacht die nacht wo da nichts passiert sondern so ein kleiner rücksetzer so was in der art das ist dann immer besonders schön wir können ja mal auf den dax gucken den dax future gucken in dem fall wie es da aussieht also das wäre etwas was vielleicht irgendwie so in dieser richtung aussieht und wenn der dann eine korrektur macht also das pandor in der richtung das gegenstück quasi von der richtung hier dann hätte man sogar vielleicht noch eine chance für einen long na gut das noch fantasie den teil haben wir noch nicht deshalb kann man da noch nichts zu sagen die chance allerdings besteht dann hätten wir hier halt einfach eine drei welle hier in der mitte irgendwo irgendeine art der pause und damit wäre diese pause rum und anschließend vielleicht sogar noch weiter nach oben das ist noch nicht ausgeschlossen wäre jetzt aber dann spannend ob das was wir hier bekommen von korrekturen unterbrochen wird die nachher weiter nach oben gehen achtet da drauf das ist selbst wenn ihr dieses system so nicht handeln wollt ich kann das verstehen dass viele sagen du rüdiger ich tue mich da wahnsinnig schwer das kann man immer so ganz wenn du das erklärst ganz gut nachvollziehen aber selber komme ich da nicht drauf das ist mir zu undeutlich das sehe ich da nicht dann nehmt es vielleicht wenn ihr es als einen handelsansatz nicht umsetzen könnt zumindest als ein filter achtet drauf was die starke seite was die schwache seite ja und wenn ihr im moment das ist eine relativ starke seite noch ist das drei wellig drei wellig ist kein gutes zeichen aber sie ist relativ steil sie ist ähnlich steil wie die abwärtsbewegung deshalb vielleicht nicht der beste shorty an der stelle auch wenn das eigentlich wenn er das hier triggern würde für mich ein zeichen wäre wir gehen auch noch mal hier durch vielleicht sogar noch tiefer ihr seht da bin ich nicht auf dieser eins zu eins schiene klar weil das nicht die erste abwärtsbewegung ist und das nicht die zweite das szenario hatten wir an dieser stelle ja also insofern die überlegungen hier also ihr seht so richtig begeistert für massiv auf die short seite wechseln bin ich noch gar nicht also da bin ich noch einigermaßen zurückhaltend vielleicht ist das noch gar nicht so dramatisch was wir hier zu erwarten haben aber rechnet damit dass wir hier gegebenenfalls am ende der woche den einfluss haben dass wir hier ein umkehrsignal bekommen und das wiederum dann auch vielleicht im größeren rahmen irgendwie was für die abwärtsseite triggert im moment würde ich sagen guckt noch mal ob das hier nicht vielleicht noch eine long situation hier eben gibt und auch der dax future im vier stunden chart deutet zumindest mal an das könnte doch auch wieder so eine wendekerze sein das muss dann nicht kilometer und jahrelang nach oben gehen aber zumindest dass wir vorläufig noch mal ein stückchen nach oben haben wäre gar nicht schlecht aber diese kerze die geht noch eine ganze weile das ist die vier stunden kerze die geht noch bis 20 uhr also insofern da weiß man noch nicht wie die bis dahin aussieht aber ihr wisst auf sowas könnt ihr natürlich zusätzlich achten hier haben wir zum beispiel im fünf minuten chart so etwas wenn ihr sowas seht an so einer stelle dann ist eine ganz gute chance dass es vorläufig erstmal nach oben geht wenn ihr sowas auf der oberseite seht habt ihr eine ganz gute chance dass es vorläufig erstmal nach unten geht also das sind so so überlegungen die man da in seine handelsidee mit einfließen lassen kann die vielleicht auch das szenario ein bisschen bestätigen so es gibt einen zweiten gratulanten und das ist der dow jones und der wenn wir hier auf den index gucken hat jetzt tatsächlich ebenfalls ein allzeithoch hier gerissen das hat er schon gestern getan also das ist jetzt nicht heute erst passiert aber neues allzeithoch beim dow jones herzlichen glückwunsch wir sind über 37.000 aktuell ganz schön heftig die aufwärtsbewegung die wir hier haben das ist das gap was wir übernacht hatten wir wechseln mal auf den future kurs das was man ja normalerweise anguckt und dann sehen wir naja also so richtig druck nach unten sehe ich da noch nicht im großen bild im wochenschad sehe ich es noch nicht da haben wir noch die lange grüne kerze auf tagesbasis mal gucken könnte das eine umkehr kerze werden ja also klar kann das am ende des tages werden wir sehen aber der tag ist noch längst nicht rum also insofern seid ein bisschen nicht zu früh zu voreilig was diese idee angeht aber das könnte durchaus sein dass die marktteilnehmer sagen sag jetzt haben wir das ziel erledigt dann können wir jetzt auch heimgehen so in anführungsstrichen nämlich dann können wir sagen okay dann machen wir jetzt erstmal eine gewinnmitnahme freuen uns auf günstige kurse und dann schauen wir mal dass man dann vielleicht da im nachgang noch irgendwie wieder vielleicht dann später noch mal reingehen kann wenn dann eine korrektur eben war im 5 minuten chart zeichnet sich aber was ab was mir nicht so ganz schlecht gefällt was man im auge behalten sollte wir haben eine starke abwärtsbewegung wir haben hier eine bewegung die zumindest auf der unterseite schon mal den eindruck hat das sind steigende tiefs das ist super die steigenden hochs bleiben hier noch aus trotzdem würde man sagen das ist korrektiv gar keine frage ja zwei möglichkeiten die ich beide attraktiv fände das ist ich will euch jetzt nicht in einen handel rein treiben aber variante eins wir gehen noch mal ein bisschen höher dass wir hier so dieses verhaltensmuster haben dann wäre je nachdem wo das t4 wäre ein möglicher trigger für die shortseite dass sich das noch mal wiederholt mit chancen auch auf mehr eine andere variante die ich auch ganz okay finde aber nicht ganz so optimal und zwar aus chancen risikogründen das wäre jetzt zu sagen da kann ich nicht hier an der stelle shorten ja logisch gesehen kann man das also das ist jetzt nicht völlig abwegig denn wir haben hier das letzte hoch doch die sind gleich hoch das gilt da ist das vorletzte hoch und hier ist das tief dazwischen das wäre ein trigger wenn diese marke durchstoßen ist kann man gut und gerne davon ausgehen ist diese korrektur die hier angefangen hat also diese gesamte korrektur hat die eine realistische chance zu ende zu sein wenn die korrektur zu ende ist dann müsste ja die starke richtung wieder gelten und das war diese die wir hier hatten und die hat zumindest noch mal eine realistische chance da noch mal ein bisschen tiefer zu gehen aber ihr seht schon wenn es bei dieser hochmarke hier bleibt dann ist diese eins zu eins projektionen kommen das machen wir noch einmal richtig sauber da misst man vom startpunkt zum endpunkt der ersten bewegung dann zum startpunkt der vermeintlichen startpunkt der dritten bewegung hier dann wäre die zielmarke hier bei mir jetzt beim future bei 37.387 und wenn ich hier erst einsteige dann gibt das wenn ich jetzt den stopp hier drüber setze oder auf die 78er die 78er ihr seht ich messe von dem punkt zu meinem entry sozusagen und dann die 78er marke und wenn ihr jetzt mal so ein bisschen größenvergleich macht man sagt ja immer wieder größe spielt keine rolle naja aber in dem fall vielleicht schon der fall nach oben ist meine verlustgröße meine mögliche bis zum initialen stopp die bewegung nach unten ist meine gewinngröße bis zu meinem mindestziel dann sehe ich das ist kein so großer unterschied und da finde ich das ist nicht so toll das heißt die idee finde ich super aber ich finde es nicht lohnenswert wie kann man das vergleichen stellt euch vor euer lieblings smartphone anbieter sagt euch weißt du was willst du mein händler werden sagt dir ja geil tolle produkte ich liebe eure sachen ihr macht super qualität wunderbar und dann sagt er der verkaufspreis den geben wir dir vor der verkaufspreis wenn du das nachher verkaufst der liegt bei 1100 euro aber weil du ja bei uns der händler bist bieten wir das an für 1095 dann sagt ihr geile idee geiles produkt aber es lohnt nicht kommt zu wenig dabei rum warum kommt hier zu wenig dabei rum wenn ich gewinne bliege ich doch richtig ja aber als händler dürft ihr eins nicht vergessen ihr liegt nicht dauernd richtig ihr werdet ein paar mal diesen gewinn machen ihr werdet aber auch ein paar mal diesen verlust machen das muss nicht exakt gleich sein aber ihr werdet mehrere male verluste haben und ihr werdet mehrere male gewinne haben aber je ausgeglichener das ist desto geringer ist die der überschuss den ihr aus mehreren trades macht so dass man sagen ja ich werde damit wahrscheinlich gewinnen ja ich kann aber auch nachmittag irgendwie anders verbringen als das ja das lohnt nicht die idee ist super produkt ist super das gefällt mir das gefällt mir aber es rentiert sich nicht das ist etwas was man als händler verstehen muss weil viele sagen ja mit der verlustseite ich will ja gar nicht dass der in verlust geht ich will ja gut genug sein dass ich das ausklammern kann das werdet ihr nicht ausklammern können das werden wir niemals vermeiden können dass wir ausgestoppt werden wenn ihr einen ganz tollen handelsansatz habt ein sehr klares bild dann könnt ihr die chancen hierfür verringern das heißt das wird etwas weniger häufig sein bzw das wird etwas häufiger sein aber es wird nie ganz weg sein das ist der grund warum ihr immer auch euer risiko vernünftig begrenzen sollte nicht sagen ach komm ich mache jetzt mal hier voll auf die auf den putz hauen und gebe da jetzt mal voll gas macht das nicht denn ihr werdet immer wieder auch mal ausgestoppt werden und dann soll es so sein dass ihr sagt naja gut war jetzt nicht so schön aber ist ja nichts schlimmes passiert das ist eine der wichtigsten lehrstücke die man als händler hat viele gerade private gerade junge trader also nicht vom alter her sondern von der erfahrung her neigen dazu wenn ich genügend gelesen habe wenn ich einen teuren kurs gebucht habe oder einen ganz tollen profi mal gefragt habe dann kommt das nicht mehr vor weil ich gut genug bin dann kommen nur noch diese dinger vor Entschuldigung wenn ich das so sage und ich damit den einen oder anderen jetzt vielleicht vor den Kopf stoße rechnet damit ihr könnt durch know how ihr könnt durch wissen durch qualität und so weiter die Anzahl der negativen reduzieren im verhältnis zu den positiven das ist keine frage da hat man ja Einfluss drauf aber es ist nie ganz null und in diesem fall ist das für meinen geschmack zu wenig man kann es trotzdem handeln wenn man sagt das ist jetzt auch die wende das geht also nicht nur bis zum mindestziel sondern ich rechne damit dass es weiter geht aber dann ist es durchaus auch empfehlenswert eben nicht den gewinn jetzt habe ich die gewinnmarke hier weggenommen aber ungefähr hier lag sie hier den gewinn mitzunehmen sondern zu sagen entschuldiger hier war doch das mindestziel was wäre das denn wenn ich hier short gehe sobald ich das mindestziel erreiche schließe ich nicht die position sondern ziehe den stop so nach dass ich aus dem risiko bin das muss nicht exakt auf dem einstieg sein aber zumindest mal so dass das wesen im wesentlichen nicht kein risiko mehr ist und wenn jetzt die position weiter läuft haben wir eventuell die möglichkeiten realistische auch statistisch realistische möglichkeit ein vielfaches dann doch mehr zu machen als das aber dann geht das mit dieser mindestziel gewinn mitnahme nicht gut weil dafür reicht dieses verhältnis dann einfach nicht aus ja also das als überlegung ihr seht es gibt immer viele möglichkeiten wie man einen trade aufbauen kann für mich ist wichtig dass insofern jetzt gar nicht so sehr die analyse index update auch gott ich rede schon zu lange das ist schon fast ein erklärstück aber vielleicht mal ganz angenehmes um besser zu verstehen wie man hier mit solchen situationen umgeht es tut mir leid ich habe zu lange geredet ich sehe gerade hier wir quatschen schon paar minuten deshalb achtet hier drauf ob das heute abend so eine spannende short ist achtet hier drauf was hier ist das ist das sind dodgies dodgies sind keine starke aussagekraft also das ist jetzt nicht zwingend dass der markt hier dreht da würde ich jetzt nicht so sehr viel wert darauf legen aber das hier vielleicht der heute abend wird ein könnte ein zeichen setzen was das angeht ähnliches könnte beim s&p sein auch der hat hier eine ähnliche andeutung ich muss allerdings ganz klar sagen wenn ich hier die abwärts richtung angucke beim s&p sehe ich dass es sehr sehr wackelig ist sehr sehr hin und her lastig ich mache mal hier ein bisschen dünnere charts dann sieht man das dann besser weiß ich nicht aber so richtig klar scheint das bild nicht zu sein wobei unter umständen ist das die korrektur zumindest sieht das nicht bullisch aus aber ich wäre mal vorsichtig wenn der kurs hier drüber geht vielleicht müsste man dann doch die bullische seite wieder sehen solange aber unterhalb dieser marke bleibt das ist das zwischenhoch von 16.55 hier im 5 minuten chart wenn er solange er unterhalb bleibt finde ich jetzt in diesem segment bullisch nicht so sinnvoll also wenn er jetzt bis da runter fällt dann finde ich hier vielleicht bullisch total sinnvoll aber jetzt hier so in diesem umfeld wenn er jetzt hier bald dreht fände ich bullisch wahrscheinlich erst wieder spannend wenn er da oben irgendwie durch geht als eine möglichkeit long zu gehen in der hoffnung dass er dann doch noch mal eine weile trägt denn die ziele hatten wir vor kurzem mal berechnet könnten durchaus noch ein bisschen weiter tragen die 4800 auch beim s&p sogar ebenfalls noch mal ermöglichen na gut schauen wir uns das mal an also als idee dazu wenn die kerze heute abend diese vier stunden kerze um 20 uhr immer noch so aussieht wäre das auch ein umkehrsignal das nennt man dann ein bärisch engulfing weil diese kerze umschließt engulf also diese hier damit könnte man dann ebenfalls vielleicht was anfangen also ein möglicher short trigger wenn man mal versuchen will hier auf die short seite mit dabei zu sein wäre das etwas wo man mal sagen konnte ich wage mal einen einstieg ihr seht ich rede viel von short bin mir noch gar nicht sicher ob es im großen bild jetzt unbedingt schon runter geht allerdings dürfen wir nicht vergessen es wäre auch langsam an der zeit dass der kurs was macht das sind allerdings erst erste anzeichen das sind zarte anzeichen aber es sind erste anzeichen dass es kommen kann deshalb noch mal die einladung an all diejenigen die diejenigen die bullisch sind zieht den stop hinterher ja passt auf dass da nicht wenn dann doch der rutsch mal dann kommt dass ihr dann sagt das wusste ich ja nun gar nicht das hat keiner gesagt jetzt nachdem die notenbank doch die zinsen wieder senken will und das kann doch gar nicht sein doch kann schon sein ja nicht immer verhält sich der markt exakt rational wie man sich das idealerweise vorstellt also geht davon nicht aus auch der nasdaq droht mit einem umkehr shooting star hier allerdings auch hier gilt der ist noch in der mache also das gilt jetzt noch nicht und das gezuppel hier im intraday bereich finde ich nicht klar genug anders als das was wir vorhin uns beim dax angeguckt hatten war es glaube ich oder beim dow jones neben dax glaube ich wo es dann doch einen scharfen abwärts arm gab das ist mir zu viel gewackelt also so richtig begeistert bin ich von short im fünf minuten chart ehrlich gesagt noch nicht also das hält sich ehrlich gesagt noch an grenzen das sieht fast eher aus als ob das hier nur eine korrektur ist deshalb selbst wenn das nachher eine umkehr kerze wird das ist nicht zwingend dass die getriggert wird erst wenn er triggert wäre das in short und auch hier gilt rechnet damit wenn es gut geht gewinnt man ganz viel klar kein thema aber wenn es nicht gut geht hock nicht da drauf dann geht er halt wieder raus der standard stopp für diese geschichte ist also einstieg für short hier unten drunter und der exit da oben drüber ja also das ist etwas über das man nachdenken kann über das man sich gedanken machen kann wenn das passiert das muss nicht gut gehen wir hatten das letztens hier schon mal gehandelt da ging das nicht gut hier hätte man es handeln können das war aber auch nicht so richtig weit laufend aber es zumindest mal vorläufig abwärts gewesen also ihr seht die sind nicht immer gut aber sie sind häufig eben an stellen wo es danach auch weiter geht hier hatten wir man sieht es kaum noch genau das gleiche und da kann man ja sagen naja aber da hätte man sich eine goldene nase verdient oder hier wieder in der umkehr nach oben goldene nase verdient also die dinger sind schon etwas worauf man mal achten sollte also passt auf nicht zu übermütig werden von wegen bullisch es kann nur nach oben gehen ich hoffe dass euch dieser beitrag ein bisschen geholfen hat ich habe jetzt doch ein bisschen mehr erklärt als ich wollte eigentlich geht es ja mehr darum so ein bisschen update am nachmittag zu machen aber ich hoffe dass ihr damit trotzdem was anfangen könnt drücke euch auf jeden fall die daumen achtet mal ein bisschen auf die gezeigten zeichen von mir und dann hoffe ich dass ihr die richtigen entscheidung für euch und euer depot fällt ciao 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 ciao